Da bin ich daheim und da fühle ich mich wohl. Sei es daheim im Haus, sei es auf der Alm in der Hütte oder weiter oben am Berg auf der Härch. Da siehst du die ganze Heimat und das ist unsere Heimat und das ist diese Freude. Da dachte ich mich frei und glücklich viel, verstanden viel. Heimat bedeutet für mich, dass ich daheim bin, seit ich jetzt im Lunger, das ist einfach für mich die Heimat. Ich würde mir nichts anderes vorstellen als ein Lunger. Es ist einfach da, wo du die Leute kennst, wo du daheim bist, wo deine Familie daheim ist, wo du gebraucht bist, wo du da kannst, wo du einfach frei bist, wo du entfalten kannst. Das ist Heimat für mich.